Der Bepo FFS 150 S ist das Einsteigermodell. Es ist ideal zum Entfernen von Altfensterrahmen, fast ohne Beschädigungen. Es bietet mit satten 1500 Watt jetzt noch mehr Motorleistung im Vergleich zu vorherigen Baureihen. Die Diamant-Trennscheibe rotiert in einem geschlossenen Gehäuse. Dadurch arbeitet es staubfrei. Mit dem Bepo können Tapete, Putz, Fliesen und selbst starke Befestigungslaschen aus Metall einfach durchgeschnitten werden. Der FFS 150 S arbeitet mit 9300 Umdrehungen pro Minute. Zur Einstellung der Schnittfugenbreite kann der Bepo mit Distaclip-System ausgerüstet werden. Das ist das Blöden der Schnittfugenbreite kann der Bepo mit Distaclip-System ausgleichen. Der Wird für die междуher den Schnittfugenbauten. Untertitelung des ZDF, 2020